Die Auswirkungen von Phyrexia All Will Be One auf die verschiedenen Magic The Gathering Formate. Phyrexia ist jetzt ungefähr eine Woche draußen. Wie ist denn erstmal so dein Eindruck von dem Format? Hast du schon viel eingekauft, viel bestellt, hast du schon herumgebraut, getestet? Was geht bei dir so in der eigenen Deck-Brew-Küche ab? Ja, weniger. Ich habe so ein paar Sachen, die ich mir geholt habe, die ich testen möchte. Tatsächlich habe ich einen Riesenspaß an den Jumpstart für XR Booster und bin deshalb da weniger am Bestellen, weil ich darüber langsamer sicher die ganzen Karten reinbekomme. Ja, das ist halt so ein Punkt. Und da muss ich halt sagen, das finde ich schon spannend, weil es gibt ganz, ganz viele Karten um mich herum, die immer mal wieder gesagt werden, so hey, die Karte ist cool, die Karte ist cool und so weiter und so fort. Wir werden ja gleich einige Karten benennen, aber ich glaube, es gibt nur eine Karte, die ich gekauft habe und der Rest kommt so pro App einfach bei mir in die Sammlung rein. Wenn sie mal kommt, kommt sie rein. Ja, das klingt doch eigentlich ganz gut. Ich bin auch noch in so einer Findungsphase, weiß noch nicht so hundertprozentig, in welche Richtung ich da gehen will. Ich werde da wahrscheinlich auch viel abhängig machen davon, was halt, sag ich mal, auf der großen Bühne, entweder bei der Pro-Tour, über die wir eben gesprochen haben, oder halt allgemein in der Meta so beliebt ist und gespielt wird. Aber ich habe auf jeden Fall schon ein paar Ideen mit ein paar neuen Karten, was herumzubrauen. Ich habe auch das Gefühl, das könnte ganz schön mächtig sein, aber wir gehen einfach mal die verschiedenen Formate durch und schauen einfach mal auf, ja, schon releasete Listen. Auf magic.gg gibt es ja quasi immer so einen Decklisten-Dump, wo sie aus den Magic Online und auch die Ranked-Decklisten jede Woche online stellen. Daraus ergeben sich auch die Meta-Listen, die man auf Goldfish und Playing MTG und so weiter übrigens, ja, die ergeben sich eben daraus. Und wenn wir auf Standard gucken, fällt erst mal auf, dass jetzt gerade Woche eins, wie gesagt, das kann sich im Laufe der Season noch einiges tun, tatsächlich gar nicht so viel sich geändert hat. Also Mono-White-Midrange, ein sehr beliebtes Deck, spielt halt jetzt mit, ich glaube, zwei Eternal Wanderern im Deck. Also der gute weiße Planeswalker ist in einem weißen Midrange-Deck sehr gut. Ähm, auch teilweise Mono-White, aber auch andere Invoke Injustice-Decks, also so die, ähm, die Decks, die halt eben versuchen mit Invoke Injustice, äh, ich glaube Planeswalker und Kreaturen zu reanimieren. Ähm, die haben jetzt eine Atraxa Grand Unifier mit drin, einer sehr starken Karte, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass sie überhaupt 60-Karten-Play sieht, aber, ähm, ist auf jeden Fall stark, wenn man den halt rauscheaten kann. Äh, schwarze Decks, die ohnehin ja schon sehr dominant waren in der Vergangenheit, haben halt jetzt mit, ähm, ja, Shealdreds Edict noch besseren Removal. Es gibt noch so Sachen wie Ossification, es gibt weißen Decks noch mehr Removal. Es gibt hier und da Toxic-Decks in Selestnia, die so ein bisschen versuchen, äh, was zu machen, aber ich glaube gerade Scraves und Scraves Hive sind da sehr, sehr starke Karten drin. Also, wenn es da so ein Archetyp geben wird, dann hauptsächlich wahrscheinlich wegen denen. Ähm, aber an Großen und Ganzen kann man sagen, das doch aktuell sehr großartige, äh, Standard, ähm, was ich von vielen bestätigt bekomme, ist jetzt nicht schlechter geworden. Und es wird noch viel herumprobiert, wobei die ganz großen, äh, Umwerfungen, also von wegen, jetzt gibt's ein ganz neues Deck, die sind ausgeblieben. Ähm, ist das was, was dich überrascht oder wo du sagst, oh, okay, hätte, also, ist jetzt ja nicht so, ja. Also, ich, ich, ich find's, ich find's nicht überraschend aus dem Punkt heraus, dass, ähm, gerade Standard für die Sachen, wo sie ihre Turnierdateien rausbekommen, für MTG Goldfish, MTG Top 8, ist tatsächlich, wir müssten eigentlich ein zweites Format aufmachen, wo wir Standard Best of One betrachten. Mein Standard Best of One ist praktisch voll auf Arena. Egal, wem ich beim Streamen zugucke, egal, wem ich im Spielen zugucke, voll mit Fricks in Oil, Beer, One Homebrews und sonstigen Kram. Ähm, es ist tatsächlich so wie immer, ganz am Anfang des Sets gehen alle hin und spielen das, was sie zu Hause liegen haben, was sie, also zu Hause liegen haben, auf Arena dann zum Beispiel, ähm, und spielen einfach damit ein bisschen rum und enden ein paar neue Karten, wenn sie sie gezogen haben. Ähm, aber, wenn sie dann wirklich mal ins Testen kommen, ins Blumen kommen, dann geht's auch richtig, richtig steil. Also, ich glaub schon, dass Standard da noch einiges Potenzial drin hat an Karten, die sich da ändern können. Und, ich glaub, nächstes Set, ist das nächste Set nicht auch schon wieder die Rotation? Ähm, im Herbst, genau, in zwei Sets. Ja, zwei Sets Rotation. Spätestens dann würde ich auf jeden Fall sehen, dass Fricks ja einen wesentlich, wesentlich stärkeren Punkt einnimmt. Ja, ja, ich bin da auch auf jeden Fall gespannt. Aber, wie gesagt, wir müssen auch eigentlich an all diesen Bemerkungen, die wir jetzt für Standard und auch für die anderen Formate machen, so ein kleines Sternchen dranhängen. Manchmal braucht's halt wirklich eine ganz lange Zeit, bevor sich neue Decks wirklich bilden, äh, weil einfach noch vorher nicht jeder auf die Idee gekommen ist, irgendwie Karten zu kombinieren. Oder jemand hat einfach ein Video gepostet, wo irgendwas, äh, viral geht oder so. Und, ähm, ja, da kann sich noch viel tun, auch wenn's jetzt momentan noch nicht der Fall ist. Das ist jetzt kein abschließendes Urteil für Phyrexia-Standard. Aber, ähm, ich mein, es ist halt sehr midrangey und grindy. Und wenn halt eben starke midrangeige Decks im Format sind, die sind ja nicht auf Synergie aus. Und da halt für ein komplett neues Deck Fuß zu fassen, wenn das Removal stimmt, wenn die Threads stimmt, so, ähm, dann ist da, glaub ich, auch nicht viel zu holen. Ähm, ähnlich auch ganz kurz, äh, zum Thema Pioneer. Wir haben eben schon in dem, äh, Pro-Tour-Part drüber gesprochen. Aber hier noch mal, ich find's so geil, dass wieder eine Pro-Tour so nah am Set-Release ist. Das ist nicht so krass nah, wie's mal früher war, dass man wirklich so, äh, am Freitag releaset ein Set und am Montag darauf oder am Wochenende darauf ist halt irgendwie, äh, direkt das neue Standard da. So krass ist es jetzt nicht. Aber wir haben nicht mehr dieses komische, okay, in zwei Wochen kommt das nächste Set, deswegen lass uns jetzt mal noch eine Pro-Tour mit den aktuellen Karten haben. Äh, und dementsprechend gibt's da halt noch viel, äh, ja, Raum nach oben. Pioneer hat sowieso, ist sowieso noch nicht so hundertprozentig explored, hab ich so das Gefühl. Ähm. Ähm, aber ja, viele Sachen, über die wir auch schon geredet haben aus One, haben eigentlich auch sofort irgendwie Play gesehen, äh, ist natürlich die Fastlands. Die sind sofort in Raktos Midrange, in allen zweifarbigen Decks, in allen mehrfarbigen Decks haben die, äh, was, äh, haben die irgendwie Play gesehen. Und ich glaube tatsächlich, ähm, was, was auch sehr witzig zu beurachten ist, ist tatsächlich die, das Verhältnis zwischen den Fastlands und den Slowlands. Also, dass die einen, die bis Runde drei ungetappt reinkommen, die anderen, die ab Runde drei, äh, getappt reinkommen. Weil viele spielen 3-3, wobei manche Decks auch quasi gerade aggressivere Decks, die wollen da natürlich irgendwie 4-2. Und ich glaube, dieses Verhältnis, das muss man doch irgendwie perfekt ausloten, welches Deck jetzt was haben möchte, oder? Ja, ich denke auch. Also, gerade weil man da ja neben nicht mit Fettschlendern arbeitet, sondern eben mal auf was völlig anderes, was völlig Neues sich verlassen muss, finde ich das tatsächlich sehr, sehr interessant. Und, ähm, prinzipiell finde ich's super interessant, dass die Agro-Decks überhaupt diese Slowlands spielen, sag ich mal. Ja. Ähm, aber es musst du halt im Format ein bisschen tun. Hm. Vielleicht gibt's dazu auch irgendwann andere Alternativen. Ja, und Slowlands sind natürlich auch immer so eine Sache, ähm, ja. Ab Turn 3, also es geht ja wirklich nur um die ersten zwei Züge, wo du sie nicht haben willst, aber dann spielt man sie immer noch lieber als ein Tempel oder, äh, ja, Alternative. Oder halt so Fastlands wieder. Genau, und jetzt halt Fastlands. Also, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze, wie das Ganze sich ergeben wird. Ich hoffe, dass tatsächlich ein paar der Länder noch ein bisschen günstiger werden. Also, gerade die Fastlands sind echt immer noch sehr teuer. Aber, ähm, ja, ich, die Mana Base ist auf jeden Fall sehr spannend gerade. Hast du denn von Decks irgendwas gesehen? Ich meine, ich hab gesehen, äh, es gibt jetzt Hammer Time im Pioneer. Ja, also, ich hab noch nichts, also, es wird viel herumgebraut. Und Hammer Time mit, mit der neuen Kemba ist auf jeden Fall was, worauf viele Leute sehr viel Bock haben. Äh, ich insgeheim auch, aber ich hab tatsächlich noch nicht die, die Basis dafür, also, werd's wahrscheinlich jetzt nicht zusammenwerfen. Ich hab aber noch keine, jetzt wirklichen Ergebnisse gesehen, dass sie auch wirklich Erfolg haben. Deswegen sind das Fun-Brew-Arounds. Aber, äh, ich bin mal gespannt, ob dann die Listen auch stecken bleiben. Weil, im Endeffekt, du brauchst halt so eine Lucky Hunt, um damit halt zu gewinnen. Ähm, das ist halt jetzt nicht unbedingt immer, ja, ich, ich, es fehlt noch so ein bisschen die Möglichkeit, glaube ich, das zu selektieren. Und dann auch die, die idealen Equipments neben Colossal Hammer, äh, wo's ja zum Beispiel in, in Modern hast du mit Stoneforge Mystic und halt eben, äh, ne, Shadow Spear und unter den verschiedenen, äh, hier auch Caldra Complete und, und Battle Skull. Solche Qualität an Equipments fehlt's halt noch. Klar, du hast halt diese, diese Insane-Kombo mit Turn 1, äh, Colossal Hammer, Turn 2, Kemba. Und dann hast du direkt deine, deine Kreatur da. Aber selbst dann musst du ja immer noch einen Turn überleben. Und ich glaub, das ist halt so ein ganz großes Problem, da dieses Balancing hinzubekommen. Ähm, aber ich bin wirklich gespannt, was damit gebroot wird. Also, äh, bei mir momentan ist halt so ein bisschen, ich hab ja natürlich Raktos Midrange, das ist so mein, 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 mein Hauptdeck aktuell. Und ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich es drehen möchte, weil auf der einen Seite schau ich auf Phyrexian Obliterator und denk mir so, boah, Mono Black Devotion. Und jetzt zwei Phyrexian Obliterator und noch zwei oder drei Garrys, also Grey Merchant of Westphodel rein. Und dann noch ein bisschen vielleicht so was wie, ähm, hier Nix aus Shrine to Nix, so ein bisschen Ramp zu haben. Die restliche Basis an guten schwarzen Karten könnte man ja so behalten. Das Einzige, was man halt verliert, ist halt Dreadball, Bonecrusher Giant und Fable of the Mirror Breaker, was schon, ehrlich gesagt, wehtut. Aber, ähm, könnte halt eine ganz andere Alternative sein, eine ganz andere Win Condition sein. Die andere Richtung, und ich weiß noch nicht, ob das so erfolgsversprechend ist, ist Junt Midrange, äh, aus Raktos quasi Grünsplashen für unter anderem Glisser Sun Slayer, die ich mir jetzt auch bestellt hab. Aber wir haben die Mana-Basis jetzt, wir haben die, äh, Rot-Grün, Rot-Schwarzen und, äh, Rot, ne, Rot-Schwarz. Also, auf jeden Fall haben wir alle drei Kombinationen. Die Grün-Schwarzen. Grün-Schwarz, das war das, was mir fehlt. Wir haben jetzt alle Fastlands, wir haben alle Shocklands, wir haben alle Slowlands und wir haben sogar noch das Junt Tryland. Und in der Theorie würde man daraus eine funktionierende Mana-Basis hinbekommen, um hoffentlich alles spielen zu können. Aber da hab ich auch schon das Argument gehört, was auch sehr richtig ist, Raktos braucht Grün nicht. Also, Glisser wär so ein bisschen nice to have. Und es gibt sowas wie zum Beispiel der Enchantment Removal, der auf sie drauf ist, das ist schon gut. Aber ist das wirklich besser als die Consistency von einem Graveyard Trespasser oder so? Das ist halt nur was, das muss ich einfach mal austesten. Und es ist halt auch, ganz ehrlich gesagt, mehr, ich hab Bock drauf, das zu testen und deswegen mach ich das auf eine Woche mal, irgendwie, baue ich das mal zusammen und schau dann, wie es läuft. Aber wie sieht's denn in Modern aus eigentlich? Ja, Modern hab ich auf jeden Fall gesehen, dass eine alte Libros von mir richtig, richtig am Steilgehen ist. Ach, echt? Was? Ja, Amulet Bloom, beziehungsweise Amulet Titan heißt es mittlerweile. Ähm, die haben die Karte Mycosynth Garden. Das ist eine Karte, mit denen kann man, äh, alle Fakten auf dem Feld kopieren. Mhm. Und sie kopieren dann mit Amulet of Vigua. Amulet of Vigua ist ein Alphakt, was sagt, wenn eine Karte getappt ins Spiel kommt, kommt sie stattdessen enttappt. Also, wird sie enttappt, das ist das Wichtige. Ja. Und wenn man dann mehrere Instanzen davon hat, also man hat mehrere von diesen Amulets, spielt man dann ein Land, was getappt ins Spiel kommt, was dann mehrere Enttappt-Trigger auf den Stack legt. Mhm. Man kann es dazwischen immer wieder tappen. Wodurch man halt wirklich eine Menge Mana generieren kann. Gerade mit diesen Bounce Lanes, die zwei Mana machen. Ja. Und, na ja, das ist schon stark, wenn man damit tatsächlich einfach easy peasy, äh, nochmal das Amulet kopieren kann. Das ist wirklich stark. Ja, absolut. Vor allen Dingen, Amulet Titan war ja auch schon ein starkes Deck, das darf man ja auch nicht vergessen. Also, es war ja selbst davor schon extrem gut, hat ja durch Besaiju noch so ein bisschen mehr Interaktion bekommen jetzt letztens erst. Und jetzt kommt nochmal so eine Aufwertung in der Mana-Base. Also, das ist schon ... Ist das auf dem Weg, wo du sagst, okay, das könnte echt problematisch werden? Oder glaubst du, Modern hat andere ziemlich starke Decks mit Merc Tide, Hammer Time, Crashing Footfalls und Raghavans, dass Amulet Titan da jetzt nicht zu stark wird? Gut. Also, ich weiß, was Amulet Bloom damals gemacht hat. Das war Broken. Mhm. Und Amulet Titan hat sich nie weit davon weg entfernt. Auch wenn Summer Bloom gebannt wurde, ähm, es war nie so, dass man sagt, hey, das Deck was fair. Ja. Sondern das Deck war immer sehr, sehr unfair. Und bei solchen Decks kann so eine Karte the tip of the edge sein, die halt dich halt darüber hinauswirft und dann landest du halt im Van Hammer. Und, ähm, ich weiß nicht, wie weit Titan wirklich davon entfernt ist, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, wenn ... Also, Modern ... Also, ich hab so ein bisschen natürlich den Blick von Modern verloren, ehrlich gesagt. Also, ich spiel und verfolg das Format jetzt nicht aktiv. Aber so gefühlt ist ja jetzt auch schon mit den Antworten, mit diesen Elementals irgendwie so viel möglich, dass ich mir fast kaum schon vorstellen kann. Also, was müsste passieren, bis was zu stark ist? Weißt du, was ich meine? Und ich find grade in dem Fall von Amulet Titan, das ist einfach sehr spannend. Und zu schauen, ob das jetzt vielleicht wirklich so eine kleine Änderung ist, die es einfach ... Die wieder so ein Bann möglich macht. Aber ... Länder. Länder sind einfach zu stark. Und Länder machen ja auch immer mittlerweile so viel mehr, als nur ein Land zu sein. Und das alleine bringt dazu, also mich dazu halt zu sagen, das ist, das ist zu stark. Ja. Oder wird zu stark sein. Ähm, die Zeit wird's zeigen, ob ich Unrecht hab. Ähm, grade mit Prismatic Ending und ähnlichen Antworten muss man schauen. Grundsätzlich muss ich sagen, wenn du dein Amulett resolvst und das bleibt sticken und du legst noch den Mycosoft daneben, dann ist halt meistens ganz schnell um. Ja. Ein anderes Thema ist Infekt. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen und auch schon davor über Venerated Rock Priest. Ja. Ähm, der hat sich jetzt relativ ganz gut, äh, eingeslottet als, ähm, ja, mit Evergreen in Toxic oder in Infekt-Decks, oder? Ja. Also in Toxic wird er halt gespielt. Ähm, es gibt diese, diese Combo-Decks, die versuchen da mit Storm zu spielen und so weiter. Die gibt's auch. Ähm, die sind aber eher nischig und, äh, funny. Ähm, laufen aber tatsächlich mehr rum, als man am Anfang dachte. Äh, prinzipiell ist er einfach nur sehr gute Adaption eben genau in diesem Infekt-Deck. Ja. Das, äh, ist eigentlich schon quasi alles, was man dazu sagen muss. Ähm, aber jetzt natürlich das große Thema Legacy. Hat Phyrexia All Will Be One überhaupt irgendeinen Einfluss auf Legacy gehabt? Und, äh, was, was gab's da? Ich hab, ich hab gehört, Blau hat mal wieder ein bisschen was bekommen. Ja. Ja. Blau hat eine Menge bekommen, und zwar, äh, den Miner Misstep. Mhm. Das ist halt, äh, der Metal Misstep für ein Blaus Mana, der halt einen Spell mit Mana-Kosten von 1 oder weniger kontert. Äh, wird super viel an Sideboard und auch teilweise Mainboard gespielt, weil Legacy auf ganz, ganz vielen Karten einfach mit einem Mana agiert oder mit Null Mana agiert und man damit einfach einen Ein-Mana-Counterspell dafür hat, was sehr mächtig ist. Das ist schon krass. Ähm, dazu haben wir noch den, äh, Mur-Kuriel Spell Dance. Mhm. Äh, eine Karte, die aus mehreren Aspekten sehr stark gehypt wird. Erstens, sie ist ein Mehrvolk. Mehrvolks sind immer awesome. Zweitens, ähm, wir, wir haben den, den, den ganz einfachen Punkt, also, nee, ist kein Mehrvolk, ist Phyrexian Rogue. Ja, das wollte ich grad sagen, ist Rogue, oder? Ja, ist kein Mehrvolk, ist Rogue. Rogue, ja. Und Rogue ist immer awesome. Sie hat True Night Nemesis. Ja. Ähm, und er kann nicht geblockt werden, was die Karte halt wirklich, wirklich stark macht, äh, gerade in einer Meta, wo man halt versucht, irgendwie über Kreaturen das Feld zu beherrschen, damit man irgendwie in seinem, äh, Initiative-Dungeon weiterläuft. Und dann kann er noch halt wirklich jedes Mal, wenn man einen Zauber castet, eine Marke drauf haben, zwei Marken runternehmen, man kann ein Spell aus dem Friedhof casten. Das ist halt wirklich, wirklich stark. Mhm. Und, ähm, es erinnert, äh, ganz stark an Dreadhole Arcanist für viele Leute, für mich sogar noch ein bisschen stärker, ähm, weil es eben den Punkt hat, dass er eben unblockbar ist. Das macht ihn sehr, sehr interessant, sehr, sehr stark. Ähm, auch bei uns hat, äh, der Veteran Root Priest natürlich im Infekt Einflug gehalten, ganz klar, aber Infekt ist nicht so das krasse Deck. Mhm. Ähnlich wie Scravel's Hive wird auch aktuell in dem Deck getestet, ähm, einfach nur, um eine Bitterblossen zu haben, die auch Toxic macht. Und bei uns sind die Infekt-Decks halt manchmal Bandfarm. Ja. Und dann haben wir tatsächlich auch die Atraxa. Oh, spannend. Und, äh, wir cheaten die ebenfalls ins Spiel mit, äh, Show & Tell oder Reanimate. Ah, okay. Und, äh, das macht's halt, Turn 1 so ein Ding, Draw 4 Karten oder so, Draw 5 Karten, hab noch eine Atraxa Instant, ohne dass man halt Leben dafür bezahlen muss, wie Grisselbrand. Ähm, ich hab's am Anfang belächelt. Viele Leute sagen aktuell, das ist ein Contender, um Grisselbrand mal von seinem Thron zu stoßen. Und das find ich sehr, sehr spannend. Krass. Aber wie groß glaubst du ist diese, also muss man dann um Atraxa, oder anders gefragt, hat Show & Tell jetzt um Atraxa drumrum gebaut und darum die, äh, quasi die Kartentypen angepasst? Oder ist das was, was ohnehin schon quasi kein Problem war für das Deck? Es war ohnehin schon kein Problem für das Deck. Und man geht halt einfach hin und sagt, hier, Draw 4, Draw 5 ist einfach genug. Das Draw 7 ist schon übertrieben. Draw 4, Draw 5 ist voll okay. Man hat halt Enchantments, man hat Ausrüstung, äh, Artefakte. Man hat, äh, Kreaturen, man hat Instants, man hat Sorceries. In dem Deck im Reanimate hat man Instants, Sorcery und Kreaturen und Artefakte. Reicht. Das reicht einfach. Ja. Ja, das ist krass. Ich hab die Karte angeschaut und dachte, okay, das ist ein großer, dummer Engel für Commander. Ähm, aber jetzt sowohl in Standard, dann komplett übersprungen, Pioneer und Modern und dann in Legacy. Also einmal das Format, wo es langsam genug ist, um für Invoken Justice es, glaub ich, fünf Mana, das zu reanimieren und noch Value draus zu generieren. Und dann Legacy, wo du's Turn 1 spielen kannst. Und in beiden Fällen ist es sehr, sehr stark. Also, ich, ja, sehr, sehr spannend. Und, äh, tatsächlich noch eine Frage zu dem, äh, zu dem Scrabble's Hive. Ist dieser, ähm, Bitterblossom-Vergleich denn gerechtfertigt? Weil wir hatten schon viele oder eine Handvoll Versionen von Bitterblossoms und anderen Farben und die waren immer nicht so stark wie Bitterblossom. Ist denn jetzt Scrabble's Hive wirklich auf einer Bitterblossom-Qualität oder ist es dann mehr so wie, äh, dieses War of the Spark-Zombie-Token-Armee-Ding? Wenn ich die Chance hätte, würde ich Bitterblossom spielen. Wenn ich Infact spiele oder über Toxic eine zweite Wind-Condition haben will oder einfach Weiß spiele, ähm, dann würde ich den Scrabble-Hype tatsächlich spielen. Okay. Gerade aus Phyrexia, äh, aus, äh, War of the Spark, das Ding mit der Army, hatte einfach das Problem, dass es schwarz war, dass es in derselben Farbe war. Hättest du das Ding in Rot gedruckt, hättest du das Ding in Grün gedruckt, hättest du das Ding, ja gut, Grün wäre der Name der Zeit damals gewesen, hättest du das Ding in Blau gedruckt, wäre das ein Erfolg gewesen, diese Karte. Ja. Und, ähm, das Problem ist tatsächlich, dass sie in schwarz eben nicht mit den Fliegern von Bitterblossom mithalten kann. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass gerade diese Infact-Token, beziehungsweise Toxic-Token, ähm, die Infact-Marken geben, halt wirklich, wirklich einfach irgendwann zu viel sind. Und sie müssen ja nicht angreifen, man kann sie einfach horten und dann sagen, okay, ich swing dich jetzt für zehn. Mhm. Und der Jäger muss auf einmal anfangen zu blocken. Also, das ist schon schwierig. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und tatsächlich, ähm, klingt das jetzt, wenn wir so über die einzelnen Formate reden, nicht so, als ob Phyrexia so viel Einfluss auf die verschiedenen Formate jeweils individuell hatte. Aber die Einflüsse, die wir momentan haben, das ist schon mehr als, ich glaub, die letzten paar Formate, oder? Also, wann war das letzte Mal, dass wir so viele Karten irgendwie aus einem Set bekommen haben? Ich glaub, das müsste dann Kamigawa Neon Dynasty wahrscheinlich gewesen sein, mit halt eben Bosaiju oder wenn Land Cycle oder sowas wieder rumgeht. Aber hier haben wir tatsächlich verschiedene Strategien mit sowas wie Atraxa oder Scrabble's Hive, die in verschiedenen Formaten mal getestet werden. Äh, Pioneer ist sehr, äh, ja, ist noch ein großes Fragezeichen drüber durch die Pro-Tour. Ähm, und selbst in Modern haben sehr spezifische Decks eben, ja, Upgrades bekommen und Legacy ohnehin. Also, das wär ja schon wieder witzig, wenn dieser Meric, 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 dieser Spelldancer, ähm, wenn das jetzt quasi schon wieder so ein Instant-Staple wird, ähm, dann ist das ja schon fast wieder so eine Ledger-Shredder-Story, wo in der Preview-Season, den irgendwie niemand auf dem, oder ich auch nicht auf dem Schirm hatte, in keiner unserer Top-Listen war der irgendwie mit drin. Und jetzt auf einmal wird er überall gespielt. Ähm, ja, wie, wie, wie findest du das Set momentan? Also, ist das, bist du zufrieden mit Phraxia Hall will be won oder glaubst du, das ist ein bisschen enttäuschend gewesen? Ich glaube tatsächlich, dass das Set noch sehr viel mehr Impact haben wird als das, was wir aktuell sehen, weil das Set ist wirklich, wirklich, wirklich gut und hat wirklich starke Karten drin. Und ich denke tatsächlich, dass da noch ganz viele Sleeper unterwegs sind und die werden wir erst nachher ausfinden müssen. Ja, ich bin da auch sehr gespannt. Aber, äh, ja, wie seht ihr das mit den verschiedenen Formaten? Was spielt ihr? Was habt ihr schon getestet? Und worauf freut ihr euch, ähm, ja, auf, äh, auf Phraxia Hall will be won noch in den verschiedenen Formaten da was auszutesten? Schreibt uns das gerne, gerne in die, äh, Kommentare, beziehungsweise ins Discord. Jason Kopp Ich bin da auch schon an der uns, die sind ja auch in den kleinen Formaten, die sind ja auch in den ganzen Formaten, die sind ja auch in den ganzen Formaten, die sind ja auch in die Formaten.